Hallo, ich bin Christine Siegemund, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin vom Foodlab, der Begegnungsstätte für Foodies in der HafenCity. Mein Beitrag für Hamburg ist das Foodlab. Wir sind ein Ort für Hamburger und Hamburgerinnen, die Neues kennenlernen möchten. Wir sind eben auch die fehlende Testfläche und Plattform und das Netzwerk für Startups aus der Foodbranche. Mir gefällt am besten der Weg von Alster an die Elbe. Ich fahre jeden Morgen aus Winterhude los, komme erst an die Alster und dann sehe ich irgendwann die Elbe. Das liebe ich, dieses viele Wasser und diese frische Luft und diese Bewegung, die damit einhergeht. Ich gestalte Hamburg Bund und wir machen es alle zusammen. Bis zum nächsten Mal.